Okay, mittlerweile habe ich das Mikrofon umgebaut und für den Gesang quasi eingestellt. Gleiche Kette geht wieder ins UAD Arrow Interface. Als Preamp habe ich wieder in der Konsole den Neve Preamp reingesetzt, um einen No-Cut zu setzen. Und noch einen UAD 1176, um die Pegelspitzen abzufangen. Sonst keine weitere Bearbeitung und ich bin gespannt. Hier dürfte es auch sein, wie es klingt. Es könnte sein, dass dich das Meer unendlich traurig macht. Deine Augen werden kleine, schmale Streifen, wenn du lachst. Es könnte sein, dass du die Beatles nur an guten Tagen liebst und den Stones zum Tausch dafür all die anderen Tage gibst. Es könnte sein, du schreibst noch immer alle Briefe mit der Hand und du liest die erste Seite immer schon am Zeitungsstand. Es könnte sein, dass dir Musik mehr als alles andere gibt und vielleicht bin ich der Mann, der dich eines Tages liebt. Es könnte sein, es könnte sein, und die Schritte hinter mir, sie gehören vielleicht zu dir. Es könnte sein, es könnte sein, dass es dich sogar schon gibt. Und du bist mehr als nur ein Lied.